Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schon, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem Power Ranking vor Woche 7. In der vergangenen Woche sind das erste Mal nicht allzu viele Überraschungen passiert am Spieltag und dementsprechend ist es jetzt auch eins der eher gemäßigten Power Rankings, wo jetzt nicht extrem viele 18 hoch, 17 Runtersprünge haben und sowas. Ich glaube, ich habe trotzdem einen Elfersprung dabei. Also an der einen oder anderen Stelle ist schon ganz gut was passiert. Ich habe an einer Stelle im Power Ranking absolute Lücke. Wo ich sage, hier ist eine riesige, riesige Lücke, wo ich keine Teams finde, die da reinpassen. Werde ich euch an der Stelle auch sagen. Wir haben ein paar Bereiche, wo sich nicht so viel tut. An anderen Stellen, wie gesagt, dann doch ein bisschen was. Wir gehen einfach direkt rein. Wir fangen an mit der ersten Seite und ganz unten sind nach wie vor die Panthers. Die haben Lebenszeichen gezeigt gegen ein vermeintlich deutlich besseres Team, aber es ist defensiv einfach absolut nicht gut genug, um gegen viele Teams mitzuspielen. Beziehungsweise jetzt sind die Panthers an einem Punkt angekommen, wo ich sage, jedes andere Team der Liga ist so viel besser, dass du gegen niemanden in der Liga gewinnst, wenn die einen durchschnittlichen Tag haben. Das heißt, du bist als Panthers jetzt darauf angewiesen, dass du einen guten Tag hast, während das Team, gegen das du spielst, einen schlechten Tag hat. Und selbst da müssen es dann vermutlich so die mittleren bis unterdurchschnittlichen Teams sein. Die guten Teams können sich vielleicht sogar leisten, an einem guten Panthers-Tag einen schlechten Tag zu haben und würden eventuell trotzdem noch gewinnen. Also ja, kein Fan zurzeit. Patriots auf 31, auch das bleibt. Wenn ich noch ein Spiel sehe von Drake May, wovon er auszugehen ist, nur ich gehe davon aus, dass er jetzt weiterhin spielt, und der vielleicht die Turnover ein bisschen zurückschrauben kann und gleichzeitig seine, in Anführungsstrichen, Splash-Plays beibehalten kann, kann ich mir vorstellen, dass die Patriots die nächsten Wochen wieder ein bisschen hochgehen. Raiders sind 3 nach unten auf die 30, Devonta Adams ist jetzt weggetradet, das war ja schon ein paar Wochen abzusehen. Ich habe gestern ein bisschen drüber geredet, die Stimmung im restlichen Team ist auch nicht geil. Also ich glaube, wenn die Saison noch gerettet werden soll, dann müssen sie jetzt entweder einen dicken Sieg haben, wo die Stimmung dann komplett gekippt werden kann, oder vielleicht jetzt wirklich einfach zwei gute Spiele, zwei gute, solide Siege hintereinander haben, damit es irgendwie in eine positivere Richtung sich wiederentwickeln kann. Aber ja, du hast Devonta Adams nicht mehr da, Christian Wilkins ist verletzt, Max Crosby spielt auf 80, 90 Prozent nur, und ich meine, seine 80, 90 Prozent sind immer noch besser als von 95 Prozent der anderen Edge-Rushern, 100 Prozent, aber das merkt man halt alles. Also ja, kein besonders gutes Team, vom Tackle-Effort wollen wir gar nicht erst anfangen. Dolphins einen Spot nach oben auf die 29, die hatten eine Bye-Week, haben nicht gespielt, hat dementsprechend nur was damit zu tun, dass die Raiders drei Spots nach unten gegangen sind. Titans einen nach oben auf die 28, auch das hat eher was damit zu tun, dass die Raiders nach unten gegangen sind, als dass ich jetzt besonders begeistert war von den Titans, auch wenn die natürlich nach wie vor defensiv Züge haben, wo ich sage, ah, das könnte eigentlich eine gute Defense sein, und wenn es so gute Defense ist, dann könnte die Offense vielleicht ganz gut sein, aber er ist auf jeden Fall eine der schlechtesten Offenses der Liga. Apropos eine der schlechtesten Offenses der Liga, wir haben die Browns einen Spot da drüber, auf 27 auch einen nach oben gegangen, auch hier hat eher was damit zu tun, dass ich die Raiders runtersetzen wollte, als damit, dass ich jetzt sage, ah, die Browns müssen unbedingt eins hoch. Auch die Browns haben einen Trade getätigt jetzt, die haben Amari Cooper weggetradet zu den Bills, was für die Bills und für Amari Cooper sehr, sehr cool ist. Ich weiß nicht mal zwangsläufig, ob das jetzt schon als absoluter weiße Fahne gewertet werden kann von den Browns, nach dem Motto, ah, okay, wir geben diese Saison jetzt auf. Er hat einfach nicht gut funktioniert. So, die Separation war da, aber die Chemie mit Deshaun Watson hat wirklich überhaupt nicht gepasst, und vielleicht hat man da jetzt gesagt, okay, selbst wenn er vielleicht ein guter Receiver ist, ist cool, dann kriegen wir noch was für ihn, aber für uns ist er einfach, ist nicht wirklich wert, jetzt auf Teufel komm raus hier zu behalten, weil er für uns kein wirklich guter Receiver ist, weil es in unserem System oder mit unserem Quarterback, was auch immer, einfach nicht passt. Browns auf die 27. Einen nach unten auf die 26, die Jaguars. Das war ein sehr, sehr trauriges Spiel gegen die Bears, und ich glaube, mit den Patriots kommt ein Gegner, der halt nochmal einen Ticken schlagbarer ist, aber das ist auch ein absolutes Must-Win-Game. Weil die Patriots so ein vermeintlich schlechtes Team sind, ihr habt sie gesehen bei mir auf 31, wenn du das verlierst, das Spiel, dann glaube ich, hilft auch nicht mehr, dass Khan vor zwei Wochen sich positiv geäußert hat über Barky und Doug Peterson, ich glaube, dann ist mindestens Doug Peterson weg nach der Woche. Die Colts einen nach oben auf die 25, auch da ist es nicht zwangsläufig, weil ich die so gut fand, sondern eher, weil ich die Jaguars eins runtersetzen wollte. Also ja, die ganze Division, abgesehen von den Texans, ist halt wirklich ziemlich, ziemlich tot dieses Jahr. Bei den Colts kommt jetzt Anthony Richardson wieder rein, mal sehr gespannt, und ich hoffe, dass er einfach mal ein paar Wochen durchspielen kann, was wir bisher in seiner NFL-Karriere ja noch nicht so wirklich hatten, damit wir ein bisschen vielleicht seine Entwicklungskurve von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche betrachten können. Giants, drei runter auf die 24. Das war in dem ganzen Bereich ein kleines bisschen merkwürdig. An sich wollte ich die nicht zwangsläufig runtersetzen. Also es war jetzt keine Performance, wo ich sage, die müssen jetzt unbedingt tiefer. Gerade wenn man davon ausgeht, dass Malik Neighbors jetzt wiederkommt, dann werden sie vermutlich eher noch einen Ticken besser als jetzt die letzten zwei Wochen. Aber das hat sich einfach mit den Teams drumherum so ergeben. Und noch dazu muss ich sagen, der Bereich so um die 24, den finde ich nicht mal zwangsläufig falsch für die Giants. Wenn Malik Neighbors jetzt vielleicht wirklich wieder einen kleinen Boost gibt der Offense, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Giants eher sich irgendwo im Mittelfeld ansortieren. Also zwischen, wenn sie richtig Glück haben, 12 bis 20 irgendwo in dem Dreh. Aber zur Zeit ist es dann eher nur 24. So, acht Spots nach unten auf die 23 sind die Cowboys. Da funktioniert zur Zeit ganz, ganz vieles nicht. Die Offense funktioniert nicht, weil kein Running Game da ist. Das ist auch einer der wenigen Fälle, wo ich vielleicht sage, okay, das Running Game könnte mit einem tatsächlichen Running Back verbessert werden und nicht damit die Schemes oder die All-Lines zu verbessern. Also so sehr ich auch sage, dass Rico Dardle besser ist als Ezekiel Elliott, weiß nach wie vor nicht, ob er wirklich ein Starting Running Back in der NFL ist. Und das ist ein bisschen merkwürdig in der Zeit, wo eigentlich der Running Back Markt so gesättigt ist, dass jedes Team einen soliden Starter hat und viele Teams sogar einen Backup, der bei anderen Teams Starter wäre. Also selbst wenn die Cowboys jetzt einen, wie die letzten Jahre, Tony Pollard hätten, Starting Running Back, ganz, ganz klar. Einen Tyler Algier, Starting Running Back, ganz klar. Teams, die so einen One-Two-Punch haben, Jameel Gibbs und David Montgomery. Natürlich wären die beide Starting Running Backs bei den Cowboys. Und ich glaube, damit wäre das Running Game deutlich, deutlich besser dran. Defensiv stimmt auch ganz viel nicht. Hat nicht nur mit den Verletzungen zu tun, sondern auch wirklich mit dem Effort, der da reingepackt wird. Die Linebacker sind oft in den falschen Gaps und so weiter. Gerade DeMond Clark, den ich eigentlich cool finde, dem passiert zu viel zu schnell, glaube ich. Also ja, Cowboys sind zurzeit wirklich einfach kein gutes Team. Und je länger das anhält, umso mehr glaube ich halt auch, dass es nicht ein Slump ist und die kommen da schon wieder raus, sondern umso mehr denke ich, ey, die sind wirklich einfach kein gutes Team. So, Rams hatten eine Bye-Week, sind auf 22 geblieben. Hat sich einfach ganz gut ergeben. Da muss ich nicht großartig viel zu sagen. Außer, dass ich halt nach wie vor gespannt bin, wer da jetzt wiederkommt zur nächsten Woche und ob überhaupt jemand. Broncos fallen drei Spots auf die 21. Bisher über die letzten paar Spiele war die Defense sehr, 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 sehr gut. Und die Offense ist immer so einen Ticken besser geworden. Jetzt hat meiner Meinung nach im letzten Spiel die Offense wieder einen Schritt zurück gemacht. Und was dann noch ein bisschen ärgerlicher ist, weil es halt die Stärke im Team war, die Defense hat auch einen kleinen Schritt zurück gemacht. Dementsprechend Broncos auf die 21. Jets drei hoch auf die 20. Am Ende haben sie das Spiel natürlich verloren und haben jetzt noch nicht so guten Rekord. Aber sie haben gut mitgehalten gegen die Bills, die halt ein vermeintlich deutlich besseres Team sind, beziehungsweise eine bessere Saison hatten. Vor der Saison hätte man, oder haben die meisten vermutlich gedacht, dass die ungefähr gleich gut sein werden. Ich zum Beispiel glaube, bin davon ausgegangen, dass die Jets besser sein werden, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt haben die aber Devonta Adams wieder gekriegt. Und bei vielen, vielen anderen Teams würde ich Stand jetzt sagen, wenn dann Devonta Adams dazu kommt, so, oh cool, könnte ganz wichtig sein so. Aber bei Aaron Rodgers, der kriegt natürlich sein Dude wieder. Und die Chemie wird vermutlich direkt wieder greifen. Ich glaube nicht, dass sie eine wirkliche Akklimatisierungsphase brauchen. Und dementsprechend glaube ich, das wird auch direkt vom ersten Spiel wieder sehr, sehr stark losgehen. Und das ist ein Pluspunkt. Die Seahawks bleiben auf der 19, haben verloren gegen die 49ers. Das ist jetzt auch schon wieder fast eine ganze Woche her. Deswegen hätte ich gerade auch beinahe gesagt, oh, die hatten eine Bye-Week. Aber die haben halt nur Sonntag und Montag nicht gespielt. Und da hatte ich schon fast wieder vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt zur Zeit nicht wirklich, was sich von den Seahawks halten soll. Kann in beide Richtungen noch gehen. Ich lasse die erstmal auf 19. Ich glaube eigentlich, dass jetzt eher wieder ein kleinerer Schub nach vorne kommt. Ich glaube, die haben die, nee, nicht die Texans als nächstes. Wen haben die als nächstes? Weiß ich nicht. Werden wir sehen morgen oder wann auch immer. Falls die in der Bayou-Week sind. Die Cardinals fallen 6 Spots auf die 18. Ziemlich, ziemlich unkreativ. Und das ist so ein Team, was ein bisschen hin und her geschwankt ist bisher. Woche 1, 2 sahen sie sehr gut aus. Und danach dann wieder nicht so. Deswegen auch da, glaube ich, irgendwo Mittelfeld bis unteres Mittelfeld ist zur Zeit sehr angebracht. Eagles gewinnen aber, fallen 4 Spots auf die 17. Haben gegen eins der schlechte Rennteams gespielt. Zugegebenermaßen mit einer ziemlich guten Defense. Aber die Offense ist halt wirklich gar nicht da. Und haben auch da wieder mit Ach und Krach gewonnen. Und das, obwohl A.J. Brown und Tevonte Smith wieder da waren. Saquon Barkley ist fit und so weiter. Also da kann man jetzt nicht wirklich die krassesten Verletzungsargumente bringen. Und es funktioniert trotzdem wirklich nicht. Meiner Meinung nach, weiß ich nicht, wäre es für die Eagles vielleicht sogar besser, wenn sie in der Saison jetzt ein kleines bisschen strugglen, dass man ein Argument hat, um Seriani rauszukicken, damit man dann nächstes Jahr vielleicht immer noch ein sehr talentiertes Team hat und einen fähigen Head Coach. Auf 16 waren die Steelers und bleiben die Steelers. Haben überzeugend gewonnen, was das Ergebnis angeht. Aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich eher mir den Gegner angucke und sage, was zum Teufel ist da passiert. Als dass ich jetzt fand, dass die Steelers irgendwas außergewöhnlich besonders gut gemacht haben, was sie vorher nicht gut gemacht haben. Deswegen glaube ich, 16 ist auch da zur Zeit noch sehr, sehr fair, weil die Offense nach wie vor nicht besonders gut ist, auch wenn sie jetzt über 30 Punkte gescordt haben so. Aber die Defense nach wie vor ziemlich, ziemlich gut ist. Saints fallen ein nach unten auf die 15. Ich bin positiv angetan davon, was Spencer Rattler gemacht hat, aber es ist natürlich trotzdem erstmal ein Stepdown, einfach wegen der Erfahrung von dem Derek Carr. Ich würde mir wünschen, dass die Offense ein kleines bisschen umgestellt wird. Das ist halt immer die Frage, wenn gerade dein Quarterback raus ist, aber nur so ein paar Wochen. Wenn er also nicht sehr, sehr lange out ist, aber nicht nur für eine Woche. Und dann hast du in dem Fall jetzt halt nicht irgendeinen Backup, den du reinbringen kannst, der seit Jahren im System ist, der das System kennt und bla, sondern einen Rookie, den du reinbringst. Dann ist die Frage, okay, lassen wir jetzt das Playbook so, wie wir es vor der Saison, äh, wie wir es vor der Verletzung hatten und wie wir es sobald Carr wiederkommt, wiederhaben werden. Auch um die Receiver nicht zu verwirren und um die Blocking-Schemes nicht großartig zu ändern und was weiß ich. Oder versuchen wir für die paar Wochen, die Derek Carr jetzt raus sein wird, die Offense so einzustellen, dass Spencer Rattler sie am besten ausfüllen kann. Was halt vermutlich mehr Halbseiten-Reads und sowas bedeuten würde, auch wenn es in der NF eigentlich nicht so ein großes Ding ist, aber primäre Reads alle auf einer Seite, dass du nicht deine Reads komplett durch hast übers Feld und vermutlich auch was mit dem, mit einer Versetzung vom Launchpoint zu tun hat. Also Rollouts, Half-Rollouts, was auch immer. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich würde mir wünschen, dass ihm vielleicht ein kleines bisschen mehr entgegenkommt, weil wir gesehen haben im ersten Spiel, dass er auf jeden Fall Plays außerhalb von der Struktur und außerhalb der Pocket machen kann. Bengals, sechs Spots nach oben auf die 14. Haben sie sich das mit dem Spiel gegen die Giants verdient? Auf gar keinen Fall. Aber wir sind jetzt hier in dem Gebiet angekommen, von dem ich vorhin geredet habe, so zwischen, ich sag mal, zwölf oder nach zehn bis elf, vermutlich nach elf. Da sind mir keine Teams eingefallen, die ich jetzt von zwölf bis 14 so habe. Ja, weil die Bengals, wenn ich mir nur das Team angucke, sage ich, ja, okay, safe Top 14 Team in der NFL. Aber wenn ich mir angucke, wie sie bisher gespielt haben, weiß ich nicht. Also ja, das hat sich mehr durch eine Lücke ergeben, als dass ich jetzt wirklich sagen würde, okay, Bengals, sechs Spots nach oben. Gleiches gilt für die Bears. Die sind elf nach oben auf die 13. Und damit immer noch schlecht ist das NFC North Team, was krass ist. Und für manche vielleicht immer noch zu tief. Ich kaufe den Hype noch nicht so wirklich von den Bears. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Bears dieses Jahr ein Playoff-Team sind. Und ich glaube, wie gesagt, dass es nicht schlimm ist. Aber am Ende haben die Bears jetzt einen sehr positiven Rackert, stehen da mit 4-2. Und man kann es ihnen nicht wirklich wegnehmen. Also nur weil ich jetzt hier miese Petri stehe und sage, haben sie trotzdem den gleichen Rackert. Und Caleb Williams sah zuletzt sehr gut aus und so. Deswegen habe ich gedacht, auch erst mal auf 13, gerade wie gesagt, weil mir hier in dem Loch eh die Teams ein kleines bisschen fehlen. Zwölf ähnliche Szenario, fünf Spots nach oben, die Chargers. Auch da, ich weiß nicht, ob ich die wirklich zwangsläufig ein Top-12-Team nennen sollte. Aber das, was sie machen, machen sie sehr gut. Und vor allen Dingen, die versuchen nicht sehr viel in irgendwelche komischen, fancy Richtungen zu gehen, was dem Team nicht sehr gut passt. Sondern das ist meiner Meinung nach sowohl offensiv als auch defensiv eins der Teams oder eine der Franchises zur Zeit, wo das Playbook sich am besten auf das Team anpasst. Und das Scheme passt sich am besten an das Team an. Man könnte natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, die Spieler wurden am besten dem Scheme angepasst. Aber das glaube ich halt gerade nicht, weil ja logischerweise der Coaching-Staff neu ist und ein nahezu vollständiges Team übernommen hat. Natürlich sind da schon Draft-Picks drin, natürlich war da schon eine Off-Season drin. Aber wie viel kannst du in einer Off-Season wirklich deinem Scheme anpassen? Und deswegen würde ich sagen, Credit an den Coaching-Staff, dass sie ihr Scheme so sehr den Spielern anpassen. Und deswegen können sie auch das Beste aus dem nicht wirklich überdurchschnittlichen Talent im Chargers-Team rausholen, finde ich. Einen Spot nach unten auf die Elf sind die Falcons. Die haben gewonnen, die haben jetzt auch nicht besonders knapp gewonnen. Aber ich fand es trotzdem nicht so überzeugend, wenn man sich den Gegner anguckt. Nicht so, dass ich sage, ja, die müssen unbedingt weiter nach oben. Und sie wurden von 10 verdrängt von den Commanders, obwohl die verloren haben. Seht ihr, so kann es gehen. Commanders überholen die Falcons und verdrängen die einen Platz nach unten, obwohl die Falcons gewonnen haben und die Commanders verloren haben. Trotzdem fand ich das Spiel der Commanders beeindruckend. Die Offense ist noch nicht eingeknickt. Vielleicht wird sie auch gar nicht einknickt in die Saison. Und die Defense war stellenweise zumindest da. Immer noch riesiges Problem in der Secondary, aber das wird man dieses Jahr auch nicht mehr großartig in den Griff kriegen. Und die Offense rollt. Die Offense rollt auch bei den Buccaneers, die ich eins nach unten gesetzt habe, eher wegen der defensiven Performance, weil ich einfach stellenweise nicht verstehe, dass die in so Löcher rutschen. Und auch wenn sie am Ende die Saints in der kompletten zweiten Halbzeit scorelos gehalten haben, war es mir in der ersten Halbzeit ein bisschen zu einfach, wie Spencer Rattler teilweise die Defense auseinandergenommen hat. Und dementsprechend diesen einen Platz nach unten hat aber auch eher was mit dem anderen Team zu tun, was sie übersprungen hat. Denn das sind die Bills. Die Bills sind einen Spot nach oben gekommen auf die Acht. Das hat erstens was, ein kleines bisschen mit der Performance zu tun, mit Josh Allen zu tun, der am Ende des Spiels natürlich auch wieder geeist hat mit einem sehr coolen Playcall, fand ich. Das ist so ein Ding, wenn du drauf gefasst bist, also jetzt, wo du es einmal gesehen hast, da ist es theoretisch verhältnismäßig einfach zu verteidigen. Aber du musst Josh Allen halt auch erstmal tacklen. Das ist auch einfacher gesagt als getan. Und zweitens, wenn du es noch nicht gesehen hast, cooler Playcall. Das heißt, es ist einer, der komplett darauf aufbaut, dass die Defense nicht schnell genug checkt, was passiert. Und sowas kannst du halt mit manchen Quarterbacks nicht machen. Wenn du das versuchst mit einem Flacco zu machen oder mit einem Jared Goff von mir aus, das wird nicht funktionieren. Hier, einen kurzen Pitch antäuschen und dann zur anderen Seite rennen. Ciao. So. Also erstens was damit und zweitens mit dem Amari Cooper Trade. Ich habe bei den Jets gesagt, dass vermutlich der Devontae Adams Trade einen riesigen Einfluss haben wird. Ich glaube nicht jetzt, dass Josh Allen und Amari Cooper, die sind best friends und das wird funktionieren. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Aber wenn Amari Cooper ein bisschen zu seiner Raiders-Slash-Cowboys-Form zurückfindet und nicht in seiner, ich weiß nicht, von wo der Quarterback wirft und ich habe Hände-Form ist, die er in Cleveland teilweise hatte, dann kann das den anderen Rollen, den anderen Spielern, ob das ein Khalil Shakir ist, ob das ein Keon Coleman ist, bei den Bills unglaublich weiterhelfen. Das heißt, du verbesserst nicht nur diese eine Wide-Receiver-Position, sondern, wie ich so häufig drüber rede, schiebst die anderen Wide-Receiver jeweils eine Position zur Seite, manchmal wird es nach unten genannt, aber ich weiß nicht wirklich, ob man so darüber reden kann, sondern eine zur Seite und hilfst denen dabei, eine bisschen bessere Rolle für sich im Team zu finden. Und der Einzige, den man eventuell wirklich eins nach unten schiebt und in die zweite Reihe, der vermutlich ein bisschen weniger Snaps jetzt sehen wird, ist Keon Coleman, was aber nicht schlimm ist. Ich weiß, man erwartet heutzutage immer, dass die Rookie-Receiver direkt explodieren, weil wir halt immer mehr Receiver haben, die das schaffen. So, ob das nur ein Thomas ist bei den Jaguars oder ein Neighbors bei den Giants oder dann Chase Jefferson, da, 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 als sie reingekommen sind, die funktionieren halt alle direkt. Die Ohio State-Receiver mit Olave und Wilson und sowas funktionieren direkt, aber manche brauchen diese bisschen längere Zeit halt noch, um sich zu entwickeln. Keon Coleman ist auch noch super jung, deswegen glaube ich auch nicht, dass das wirklich ein negativer Punkt ist. Die nächsten drei Teams blende ich euch einfach mal direkt alle zusammen ein, weil sich da bei keinem davon was getan hat, weil ich da jetzt eher im Klumpen argumentiere, warum ich da keinen an dem jeweils anderen vorbeigeschoben habe. Die 49ers haben stabil gewonnen, aber es war jetzt nicht so krass überzeugend, dass ich sage, oh, die müssen unbedingt nach vorne rutschen nach dem Spiel gegen die Seahawks. Die Bills sind aber trotzdem nicht gut genug, um an denen vorbeizukommen, sage ich jetzt erstmal. Dafür haben sie die Jets nicht deutlich genug besiegt. Die Packers bleiben auf der Sechs, haben stabil gewonnen gegen die Cardinals, aber die Lions haben halt gleichzeitig die Cowboys weggeklatscht. Deswegen habe ich die Packers nicht an denen vorbeisetzen können oder wollen. Bei den Lions hätte man darüber nachdenken können, die vielleicht auf die erste Seite zu setzen, aber dafür sind dann eventuell die Cowboys wirklich zu schlecht, gerade in dem Spiel gewesen und gleichzeitig spielt da natürlich die Aiden Hutchinson- Verletzung auch ein bisschen mit rein. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil bei den Lions sich drei defensive Starter, es sei denn, man zählt Kominsky noch mit, dann vier, aber der hätte vermutlich eh nicht gestartet, drei defensive Starter an der Defensive Line verletzt haben. Mit Derek Barnes, Marcus Davenport und jetzt Aiden Hutchinson, die voraussichtlich, ich glaube, du hast so einen winzigen Hoffnung schon mal bei Derek Barnes, aber eigentlich nicht, die alle out for season sind. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn sich das alles so auf einer Positionsgruppe bündelt und und du hättest halt defensiv vermutlich keine schwerwiegen mehr Verletzung haben können als Aiden Hutchinson. Deswegen wird das auf jeden Fall Probleme bereiten. Ein paar Leute sagen jetzt aber oder reden die ganze Zeit schon so über einen Trait, oh, Crosby zu den Lions oder Trey Hendrickson zu den Lions, Hassan Reddick zu den Lions, sehe ich ehrlich gesagt nicht passieren. Erstens, Lions aktuelles Regime, Führungsetage weiß Picks sehr, sehr zu schätzen und für Hendrickson kann sein, dass du eventuell mit einem Second davon kommst, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht und glaube ich auch nicht, dass sie das machen wollen würden. Für Max Crosby musst du mindestens einen First geben, sehe ich nicht passieren. Hassan Reddick müsste man auch ein bisschen was für abgeben, sehe ich auch nicht passieren, weil vor allem alle drei höchstwahrscheinlich direkt einen neuen Vertrag bräuchten oder spätestens in den nächsten ein, zwei Jahren einen neuen Vertrag bräuchten. Mit Geld, was die Lions eigentlich brauchen, um ihre eigenen Draftpicks zu verlängern. Denn da werden in den nächsten Jahren mehrere kommen, die einen neuen Vertrag kriegen müssen. So, Aiden Hutchinson selber braucht einen neuen Vertrag demnächst, beziehungsweise hat einen teuren Vertrag. Ali McNeil, der braucht einen neuen Vertrag, der wird dieses Jahr Free Agent. Ich glaube, nächstes Jahr würde Kirby Joseph Free Agent werden und so weiter. Deswegen, das Geld, um die neuen Ads-Spieler zu packen, hast du eigentlich nicht, weil du die für dein eigenes Team brauchst. So, Lions werden vermutlich versuchen, Aiden Hutchinson mit mehreren Spielern aufzufangen. Dass sie dann von mir aus einen Uku reinsetzen und sagen, okay, du bist jetzt der Base-Down-Run-Defender, was Hutchinson gemacht hat. Und dann in der Passing-Situation kommt dann Mitchell Agude rauf oder James Houston oder sowas und die sagen, okay, du bist jetzt der Pass-Rush-Aspekt von Aiden Hutchinson. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie traden werden. Wird es den Lions wehtun? Ja, ist das Superbowl-Fenster dadurch zu? Nein. Die Offense ist nicht schlechter als letztes Jahr, vielleicht einen Ticken besser und die Defense ist, selbst ohne Hutchinson, immer noch besser, als die Defense letztes Jahr war, mit der man im NFC Championship Game ist. Ja, die NFC und vor allem halt die NFC North, ne, sieht sehr, sehr gut aus, aber das Fenster ist trotzdem meiner Meinung nach nicht automatisch durch diese eine Verletzung zu. Die nächste Seite gebe ich euch auch auf einen Schlag, weil sich da nichts verändert hat, wie ihr seht. Ich habe die Texans nach wie vor auf vier, haben gewonnen, haben auch mit Abstand gewonnen, aber ähnlich wie das, was ich bei den Falcons gesagt habe, fand ich es gegen einen schwachen Gegner nicht überzeugend genug, gerade stellenweise und dementsprechend habe ich sie an niemandem vorbeigesetzt. An drei und an eins die beiden Teams, die Chiefs und die Vikings, die hatten beide eine Bye-Week, die beiden ungeschlagenen Teams gleichzeitig war ein bisschen merkwürdig irgendwie, aber kann die NFL vorher ja nicht wissen. Deswegen bleiben die da und die Ravens haben auch meiner Meinung nach nicht krass genug gespielt, um an den Vikings vorbeizukommen, aber auch nicht doll genug gestruggelt, beziehungsweise sie haben gestruggelt, aber gegen meiner Meinung nach gutes Team und nicht genug gestruggelt, um jetzt nach unten an den Chiefs vorbeizurutschen. Deswegen ist genau die gleiche Seite wie letzte Woche meine Seite Nummer eins. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr einen Like da lasst. Wenn ihr Feedback habt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, beziehungsweise lasst mir das in den Kommentaren sehr, sehr gerne da. Ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Zieht das in Betracht auf jeden Fall. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.